Moin und Weidmannsheil! Ja, das letzte Video zur Remington 700 zum Upgrade liegt jetzt schon circa 2-3 Wochen zurück und die Zeit habe ich gebraucht, die Waffe ja nicht nur zu montieren, sondern auch ausgiebig zu testen. Heute in dem Video wird es um die Röder Precision C21-Mündungsbremse gehen und dann folgen demnächst noch Teile über den Timney-Abzug, über den G.I.S. Berserkschaft und natürlich dann nochmal ein Gesamtresümee zu dem Umbau. Ja, die Mündungsbremse, ich hatte mich ja für eine Klemmbremse entschieden, einfach aus dem Grund, dass wir hier in Schleswig-Holstein immer noch nicht wissen, wie es mit Schalldämpfern weitergehen wird und ich für einen Schalldämpfer ja ein Mündungsgewinde brauche. Meine Waffe hat noch keins und ich aber auch, wenn ich einen Schalldämpfer mir dort montieren lassen werde, ich denke den Lauf kürzen lassen werde. Ich habe aktuell einen 26 Zoll Lauf. Mit Schalldämpfer wird mir das dann ein bisschen zu lang. Ich denke, ich werde den auf 24 Zoll dann kürzen lassen. Aber das steht halt noch in den Sternen, wie es mit dem Schalldämpfer weitergeht. Und ja, ich wollte jetzt nicht einmal ein Gewinde schneiden lassen für die Mündungsbremse und dann irgendwann nochmal mir alles anders überlegen für den Schalldämpfer. Insofern habe ich mich jetzt erstmal für die Variante der Klemmbremse entschieden. Und ja, am geeignetsten schien mir da die Röder Precision C21 Mündungsbremse C. Steht einfach nur für Klemmbremse und 21 für den Durchmesser, für den sie gedacht ist. Meine Remington hat einen Mündungsdurchmesser von 20,8 Millimeter und da passt die C21 genau maßtechnisch mit in die Bandbreite. Die Mündungsbremse selber ist relativ einfach zu montieren. Der Lauf und die Mündungsbremse wird entfettet. Ich mache das einfach immer mit Bremsenreiniger und dann wird das System waagerecht ausgerichtet und die Mündungsbremse waagerecht dann auch ausgerichtet, auf den Lauf vorne übergeschoben. Sie hat dann vier Schrauben, die festgezogen werden, kreuzweise wie beim Autoreifenwechsel festgezogen wird das Ganze mit 8 Newtonmeter und dann sitzt das Teil bombenfest auf dem Lauf. Der Hersteller fehlt nach 40 Schuss nochmal die Schrauben alle zu überprüfen und nachzuziehen. Ich habe es schon nach 20 Schuss gemacht und habe tatsächlich auch gemerkt, dass das zwingend notwendig ist. Also man merkt dann schon wieder ein bisschen Spiel. Also ich konnte dann nochmal wirklich bis 8 Newtonmeter ordentlich nachziehen und habe das Ganze dann nach 40 Schuss auch nochmal gemacht. Aber da tat sich dann nichts mehr. Also das erste Festziehen so nach 20 bis 40 Schuss, das ist schon obligatorisch. Da sollte man das Ganze wirklich nochmal überprüfen. Und ich werde es jetzt sicherheitshalber, weil ich noch nie vorher mit einer Klemmbremse gearbeitet habe, auch ich denke, in dem Tonus von 40 Schuss weiter beibehalten, dass ich einmal mit dem Sitz der Mündungsbremse, ob sie noch wirklich horizontal oder auf gleicher Ebene mit dem System ausgerichtet ist, mir anschaue und eben die Schrauben nochmal mit 8 Newtonmeter nachziehen. Aber ja, kein Geheimnis, so eine Mündungsbremse zu montieren. Da gibt es auch eine ausführliche Anleitung von Rörder, die verlinke ich euch nochmal. Die findet ihr auch sonst auf der Homepage bei denen. Ja, Testschießen. Gab es als allererstes dann Kontrollschießen im Revier. Wir haben so einen alten Steinbruch und da kann man immer hervorragend den ersten Kontrollschuss antragen. Da ist mehr als ausreichend Kugelfang gegeben. Und ich mache das immer ganz gerne, weil ich dann mir sicher sein kann, dass die Kugel zumindest aufs Papier geht und ich auf dem Schießstand keine bösen Überraschungen erleben werde. Und insofern habe ich mir das wirklich angewöhnt, bevor es mit einem Umbau oder einer neuen Waffe auf dem Schießstand geht, einmal ab in Steinbruch, Kontrollschuss, gucken, dass alles passt und man auf dem Schießstand keinen Schaden anrichtet. Video dazu zeige ich euch gleich. Das waren einfach zwei Schuss aufs Papier. Die saßen auch schon sehr gut. Ich habe dann nach dem ersten Schuss schon ein bisschen korrigiert und der zweite saß dann auch schon fast im Schwarzen. Das Feintuning folgte dann eben auf dem Schießstand unter Ausschluss von Wind und anderen Umweltbedingungen. Aber an sich mit dem ersten Ergebnis sehr zufrieden, was ich schon festgestellt habe nach dem Umbau, also jetzt mit dem neuen Schaft und der neuen Mündungsbremse. Es hat sich die Treffpunktlage schon verändert, so um etwa 10 cm nach links und 15 cm nach unten. Das finde ich ist schon relativ viel. Aber ja, neue Bettung, neue Mündungsbremse da, neues, ja, damit mit dem veränderten Gewicht am Lauf, tritt natürlich auch ein verändertes Schwingungsverhalten am Lauf auf. Also insofern keine ganz so große Überraschung. Aber jetzt schaut euch mal kurz das Testschießen im Steinbruch an. Und ja, dann seht ihr auch gleich, ich habe an das Testschießen die beiden Schüsse schnell hintereinander geschnitten. Da habe ich euch nochmal ein Video reingeschickt in Zeitlupe, wo ich nochmal so ein Kreuz mit eingebaut habe, dass ihr genau die Lage der Mündungsbremse und die Veränderung der Mündungsbremse beim Schuss euch angucken könnt. Ja, man hat schon in der Zeitlupe wunderbar gesehen, dass die Mündungsbremse also, ja, deutlich, deutlich und hervorragend ihre Arbeit tut. Ihr seht so diesen dreistrahligen Gasaustritt vorne an der Waffe. Und ihr seht auch, dass die Waffe eigentlich gar keinen Hochschlag mehr hat. Es gibt natürlich den Rückschlag noch, aber der befindet sich wirklich horizontal zum Lauf. Das drückt einfach nur gerade zurück in die Schulter und mit der Spannung, die man dann eh im Körper und im Anschlag hat, wird die Waffe automatisch wieder in die Ausgangsposition zurückgeschoben. Hat mich sehr, sehr beeindruckt, wie deutlich der Rückstoß reduziert ist. Ich würde jetzt fast so über den Daumen sagen, 50% des Rückschlags sind weg. Also das ist natürlich jetzt nicht gemessen, sondern ein reines Gefühl beim Schießen. Aber da hat sich schon deutlich was getan. Was ich aber auch getan habe, ist der Knall, ist jetzt deutlich lauter am Schützen. Also jetzt kommt man um Gehörschutz absolut nicht mehr drum herum. Ich schieße sowieso eigentlich immer mit Gehörschutz. Ich habe so einen Aktiv-Gehörschutz. Würde ich auch jedem empfehlen. Früher oder später leiden die Ohren einfach doch, wenn man ohne schießt. Aber ja, mit Mündungsbremse wird der Gehörschutz wirklich obligatorisch. Ja, nach dem Kontrollschießen im Revier ging es dann auf den Schießstand. Und auch da habe ich diverse Schuss nochmal abgegeben. Natürlich die Waffe sowohl sauber eingeschossen, als auch dann immer mal so kleine Serien Kontrollschuss gemacht, abkühlen lassen Kontrollschüssen. Einfach, ja, ein bisschen just for fun mit der neuen Waffe. Die neue Waffe kennenlernen, das Gefühl mit der neuen Waffe, mit dem neuen Abzug insbesondere. Und eine Sequenz zeige ich euch hier jetzt auch nochmal. Das ist einmal in normaler Geschwindigkeit und dann nochmal in Zeitlupe mit dem Fadenkreuz. Einfach, dass man die Arbeit der Mündungsbremse nochmal aus einer anderen Perspektive hat. Ja, auch hier seht ihr kein Hochschlag mehr. Ein sanfter Schlag nach hinten, also ein sanfter Rückstoß ist natürlich noch vorhanden. Bei 300 Winmark ist der auch nicht wegzukriegen. Aber, ne, hat sich wirklich deutlich was getan. Ihr seht, das ist ein paar Zentimeter, die die Waffe nach hinten drückt und dann, ja, einfach automatisch schon wieder nach vorne rutscht. Durch, ja, durch diese Art Rückschlag oder Rückstoß, die sie jetzt hat, ist es sehr, sehr leicht, durch das Zielfernrohr im Ziel zu bleiben beim Schießen. Das war vorher leider nicht so. Durch den dollen Hochschlag, den die Waffe hatte, ist es mir jedes Mal das Zielfernrohr aus dem Ziel gesprungen. Und jetzt, ja, mit der Mündungsbremse kann ich also sauber, wie man so schön sagt, durchs Feuer blicken und sehe, was auf dem Ziel passiert. Was insbesondere unter jagdlichen Gesichtspunkten, wie ich finde, sehr, sehr wichtig ist. Also da möchte ich natürlich so viel wie möglich von dem sehen, was die Kugel dort anrichtet. Ich möchte sehen, wie das Stück Wild zeichnet. Und, ja, das war vorher nur schwer manchmal möglich. Also je nach Anschlag ist die Waffe eben deutlich versprungen und dann war nichts mit Zielbeobachten, sondern dann war erstmal Zielsuchen angesagt und das ist jetzt dank der Mündungsbremse weg. Also da kann ich nur sagen, Mündungsbremse oder Schalldämpfer, der hat ja die ähnlichen Eigenschaften. Das ist eigentlich schon die Zukunft für ein ordentliches Schießen auf der Jagd, weil ich einfach wesentlich sicherer gucken kann, was passiert und auch die Waffe sicherer handhaben kann, weil der Rückstoß gar nicht mehr so stark ist. Ja, ich hoffe, euch hat meine Zusammenfassung zum Thema Mündungsbremse gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare und ansonsten werdet ihr hier in Kürze das nächste Video sehen. Das geht dann um den Timney-Abzug, um den 510. Und jetzt keine Ausreden mehr. Ab nach draußen. Geht jagen. Geht jagen. Geht jagen. Geht jagen. Geht jagen.